Unser Team hat eine große Chance, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Viele Menschen sind besorgt, ob ich spielen kann oder nicht. Aber wir hoffen einfach, im Wettbewerb zu bleiben. Und die Chance dazu ist groß. Die Polen gehen mit einer anderen Ausgangsposition in dieses Spiel. Uns reicht ein Unentschieden. Wir müssen das Spiel aber trotzdem gewinnen wollen, denn sonst könnte es nach hinten losgehen. Wir dürfen nicht versuchen, das Unentschieden zu halten, sondern müssen von Beginn an die aktivere Mannschaft sein. Lewandowski, Wachikowski, Obraniak, das sind alles Top-Spieler. Aber Polen hat auch noch andere. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir respektieren das polnische Team, haben aber keine Angst. Wir haben gegen Griechenland gezeigt, dass wir stark sind. Und wir wollen auf keinen Fall jetzt schon aus der EM ausscheiden.